Was kann man denn hier machen? Du hast doch nicht gesehen, was wir oben gemacht haben, oder? Oh, ein Backpack sehe ich gerade. Ich muss irgendwie immer, bin ich so ein bisschen zurückversetzt zu Daisy-Zeiten. Wenn jemand sagt, ich brauch ein Backpack. Warum hast du denn nur? Keine Ahnung, weil das haben wir ganz oft gesagt, weil Daisy am Anfang glaube ich... Ich will mal eine Frage nochmal. Warum hast du denn nur? Achso. Wow! Och man, Husten, jetzt hör doch auf. Husten, er hat kein Problem. Ich geh mal hier hoch. Ruhig mir das mal an. Ah, ich hab nur 4 Schuss, stimmt ja. Da war ja was. Also das ist ein Gegner. Ah, dahinter wahrscheinlich jetzt. Die haben gerade was geschossen. Ich hab zurück geschossen, die waren oben drauf. Rechts zu uns sind auch gefightet. Die fighten immer noch da drüben. Oh, wieder die 4 Schuss. Hier ist einer unten. Sprinte hier runter. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Wie close hinter mir. Hier ist einer close. Oh, ich hör's denn noch. Ne, da ist noch mehr. Woa. Wieviel kurz im Hallen. Pass auf du bist, musst du mit Deckung haben, ne? Ich hab... Decken hier. Du krieg rein, dann kann ich dich holen. Bist drin? Na. Ich hab's. Bist gleich drin. Ach, jetzt geht der rein. Fighten, Alter. Das ist so dumm. In meinem heilen, heilen, heilen. Hab sie. Hä? Wo ist unser Mate? Oh, der ist gequittet. Ah. Pfff. 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 Oh. Woop. Hier sind noch Leute. Der hat ja wirklich älstlich gequittet, Mann. Das ist so dämlich. Äh. Hast du genug Sachen zum Heilen? Ja. Movens Stück. Oh, halt echtes Scoop. Und wo schießen die dann? Ah, von da. Der rennt hier rüber. Wenn du kannst moven. Wenn du willst. Hier ist dein Geburtsdienst. Du musst. Geh. Fast. Pfff. 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 45 Sekunden bis der Ring zu knacken. Nicht bemerksam. Recharge meine Schäden. Pfff. 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 Ich habe mal eine Purple Armor diesmal. So. Jetzt wo ich reinlaufe. Das war glaube ich ein... Fast ein einzelner Core-Stick tatsächlich, der da auf uns geschossen hat. Gerade von... Was ist das Osten? Dann... Why so rushing? Warum nicht? Willst du keinen Spaß haben? Willst du dir irgendwo in eine Ecke setzen und warten? Nee, aber... Du bist weit weg von mir. Du bist fucking Octane. Wenn die Leihunde den Octane wegrennen kann, ist irgendwas falsch gelaufen, mate. Hier, und wir gehen da hoch. Hier. Du wolltest doch Übersicht haben. Da hast du Übersicht. Da sind sie. Ich habe nur keine Granaten mehr. Ich leider auch nicht. Doch einen Arx da habe ich. Muss auch nicht drauf werfen. Oh, Volltreffer voll ins Gesicht. Guck mal die andere Richtung. Da unten im Fenster waren sie auch schon. Da unten in den Fenstern stehen sie auch, ne? Ja, die stehen halt hier überall. Aber das da hinten ist ein anderer Fight. Schießen auf den da hinten. Huh. Der hat ein gepopptes Shield. Die Wraith dort. Da ist unser Caustic wieder. Nur, dass du einen Blick hast. Noch sind übrigens hier oben rechts. Ben, Ben, Ben. Jo. Da oben. Hast du gerade geschossen? Ich habe nichts gehört. Ich habe dreimal geschossen auf den Schatzkicks. eins. Pass auf, da ist immer noch einer. Sind es zwei sogar. Er moved jetzt der Caustic nach links. Tatsächlich. nicht. Autsch. Ich habe noch 22 kleine Schildzellen oder so. Ja. Wir müssen los aufpassen, wenn uns nicht einer hoch springt. Was siehst du mal hier? Ich dachte, ich hätte ihn mal gesehen. Ich habe ihn total verguckt. Zwei Schilde gebrochen. Jo. Ich mache die hintere Deckung. Ich löse ein bisschen, wenn wir in beide Richtungen gucken. Die sitzen immer noch hinter uns an unserem Rücken. Das sind drei Leute tatsächlich, denke ich dort. Ich habe Raze, Pathfinder und Dingens gesehen. Die sind hinten. Hinter uns. Ups, das war ein Fettfinger. Raze macht ein Portal nach rechts. Ist nicht so wichtig, die Markierung. Du warst für mich. Ja, die machen halt ein Portal jetzt. Also die würden jetzt rein ein Portal und das ist hier irgendwo unter uns. Halt dich hoch. Okay, die sind wieder zurückgegangen. Die sind immer noch in der Zone in der nächsten, glaube ich gerade so. Stell dir vor, ich hätte ein besseres Scope. Ich weiß nicht, was für ein Scope du hast. Das war ja. Oh, damn it. Oh. Dammit. Wow. Ein Scope ist hinter uns und ein Scope ist rechts von uns. Wir sind in einem Sandwich, das ist gar nicht so geil tatsächlich. Was wir hier jetzt machen. Unter uns direkt, unter uns da unten am Stein ist er schon. Schildbreak. Ich bin leider kurz nach. Hier kommt jemand dran. Schildbreak. Ich würde dir hier vorstellen, tatsächlich, wenn sie jetzt beschossen wären. Nee, warte, warte, warte. Wir können hier noch oben drin bleiben. Moment. Au, 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 au. Wir haben immer noch fast die Zone bei uns dann. Oh, der Schildbreak. Wir haben beide gelbe Schilde da unten, ne? Ja. Von mir ist ganz selber übrigens eine Axt alle hinterwerfen jetzt. Weil wir jetzt werden uns hier genaded. Unter Umständen. Nur Pech haben. Wenn die gut fliegt. Also da oben, 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 oben. Wenn's zu lassen. Ich muss mich voll heilen. Wir haben auch helllit für die beste Entscheidung hier oben zu bleiben. Bis jetzt. Einen genockt. Einer unter uns. Ich geh jetzt runter. Same. Genockt. Dann noch einer. Nice. Oh Ben, ich will dir grad ein Double-High-Five geben. Komm, imaginäres Double-High-Five. Drei, zwei, eins. Bam. Geile Runde. Geile Runde. Die, die. Alter, war das ne geile Runde. Ja. Fuckin' random. Benutzlos, mein Wider. Der hat nicht gequittet, hätte er halt nen Free-Sieg jetzt mitnehmen können. Aber der ist halt instant gequittet. Oh, mein 2000 Damage-Batch. Wup, wup. Ja. Ja. Ja.